Willkommen zurück Commander Eigentlich können wir das überspringen Es ist und bleibt das Gleiche oder Ja wenn es das gleiche bleibt Dann überspringen wir es Weil es man einmal schon bei uns gesehen hat Es verändert sich ja hier Tatsächlich nur die Lage Wo man startet Ansonsten ist hier nichts anders Ja genau wir versuchen hier mal ein bisschen Oh so Viel schönere Lage Aber weniger Tiberium So wie das aussieht oder So Raffinerie Zack Oh hier ist die Lage Viel schöner Ja hier unten ist zwar noch ein Eingang Zack Und jetzt einfach auch fast endlos Schleife stellen und Gib ihn So was haben wir hier noch Noch weiteres Tiberium Sehr schön Schön ein bisschen hier scouten gehen Immer ganz wichtig Ja da ist schon einer Also der slidet hier auch der Bug hier Definitiv ne der slidet Wenn er irgendwie ne harte Kurve zieht Oder sowas Ist der ganz schön am Sliden Aber auch wie gesagt Ich bin immer noch Ich bin Buff Was möglich ist Was Was die hier raus gemacht haben Mehr als Buff Oh da kommen jetzt aber ein paar So ein paar machen wir noch Und dann gehen wir einfach direkt durch Zack Eins hier und drauf Aber der Sammler ist schon halb platt Das ist aber komisch Ist das wegen dem Schwierigkeitsgrad Könnte natürlich sein Jawohl Sir So jetzt lieber hier auf die drauf gehen Geldmittel uns erreichen Ja das ist sehr gut Aber hier haben die auf jeden Fall ein paar Einheiten mehr Das kriegen wir schon kompensiert würde ich sagen Und weiter geht's Zack direkt hier rein in die Base Base direkt platt machen Man könnte hier natürlich noch schön übernehmen Oh nein 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 schön Einheiten spreaten Hat geklappt Wunderbar Schnell die Kaserne platt machen So hier schön Zack alles platt gleich Wird schon ein Tiberium Komisch Hätte gedacht Dass wir es hinzugefügt hätten Bei den Silos Dass Tiberium übrig bleibt Schade dass dem nicht so ist So der Rest hier noch killen Dann haben wir da unten noch was Die wollen noch Kriegen Und das kriegen die auch noch Mischung erfolgreich Wunderbar Kommt wahrscheinlich das gleiche Abschlussvideo Das werden wir dann auch springen Ja genau So und jetzt sind wir hier wieder in dem Menü Ja gut Höchstpunktzahl bleibt die andere Glaube ich Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen Kanal abonnieren Nicht vergessen Hier auf dem Kanal Immer wieder Command & Cocker Zeug Ansonsten sag ich Bis zur nächsten Mission Servus und Ade Die Klagten bis zur nächsten Jahrmis Vielen Dank.